Wir erneuern unsere Forderung, die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates im Bundeskanzleramt. Wir kommen noch einmal zurück auf die 2% Zusage des BIP für den Etat der Bundeswehr. Der Bundeskanzler hat, wie Sie alle vermutlich erinnern, am 27. Februar 2022 zugesagt, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und ab sofort mindestens 2% des BIP für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Da bleiben wir leider erneut weiter dahinter. Wir werden das auch noch einmal zum Thema machen. Außerdem erneut auch die Bundesregierung auffordern, nun auch die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Das wäre eine Waffe, die der Ukraine sehr helfen könnte, insbesondere die Nachschubwege für russisches Kriegsmaterial nachhaltig zu beschädigen und möglicherweise dauerhaft zu zerstören. Dieser Antrag wird am Donnerstag von uns dann noch einmal gestellt.